Dann ging die Liebe, sie schlug die Tür zu und ein kurzer, eisiger Luftzug erhob sich. Um dich wieder aufzuwärmen, versuchtest du, in Gedächtnisbilder glücklicher Momente mit den geliebten Personen auszugraben. Ja, es gibt diese Bilder. Du warst glücklich. Warst du es? Du hast das Glück erlebt, hast es aber nie gespürt, nicht einmal in den Momenten der Erfüllung. Vielleicht solltest du dich damit abfinden, dass es kein Glück gibt. Auf keinen Fall. Wer würde wagen, so etwas zu behaupten? Jetzt könntest du glücklich sein. Es müsste nur plötzlich ein Sonnenstrahl durchs Fenster scheinen und dir über den Nacken streichen. Ja, dann könntest du glücklich sein. Schade, dass gerade heute so ein trüber Tag ist und du wohl bis morgen warten musst, um das zu finden, was du dir wünschst. Ja, dann könntest du glücklich sein, dass 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 Vielen Dank.